Frieda, komm ins Bett. Hier siehst du genau alle Lichter vom Schloss. Du weißt doch, was ich mir wünsche, mehr als alles andere. Ich möchte Graf Karmstein kennenlernen. Ich möchte Graf Karmstein kennenlernen. Sie sind eurer Exzellenz mit der Unterhaltung zufrieden. Jetzt ruft er den Teufel. Mensch, das kann ich auch tun. Oder du. Aber wird der Teufel kommen? Frisches Blut. Von einem Huhn oder einem Jungschwein. So leicht lässt sich der Teufel nicht täuschen. Sie sind eurer Exzellenz mit dem Mädchen zufrieden. Ein Bauernmädchen. Für ein paar Goldstücke gekauft. Denkst du denn niemals etwas Neues? Ausgefallenes? Ich werde es versuchen, Exzellenz. Ich... Ich hörte zu Gustav Heil. Sind zwei hübsche Nichten ins Haus gekommen. Zwillinge. Das wäre mal etwas Ausgefallenes. Eurer Exzellenz blieben zu scherzen. Wir wollen keinen Ärger haben. Mit einem Mann wie Wein. Ich weiß nicht, warum ich dich in meinen Diensten habe. Du bist feig und langweilig. Alles, was du mir bietest, ist einfallslos. Einschließlich dieses Terntes. Was soll eine Teufelsbeschwörung sein? Der da ist zu sowas schon nicht mehr zu gebrauchen. Charlataner seid ihr. Alle miteinander. Zellt euch aus. Ich werde um Vergebung her. Nein. Lass dich hier. Selbstverständlich. Du kannst jetzt gehen. Ja, sofort. Eure Exzellenz wissen, dass ich mein äußerstes tue, um euch zufrieden zu stellen. Sie wussten es. Sie konnten auf schlechte Komödianten verzichten. Sie beteten den Teufel an und er lehrte sie Freuden, die ihr ewig verborgen bleiben. Von Strafen, die ausgeteilt und gefangen werden. Von Foltern und von Tod. Ja, von Tod und von Freuden, die über das Grab hinausreichen. Abenteuer, die dir unvorstellbar sind. Aber ich weiß davon. Geh, Dietrich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein! O Herr der Dunkelheit, ich habe diese Welt mit ihren jämmerlichen Vergnügungen satt. Zeig mir, mich über dieses Fleisch hinwegzusetzen. Offenbare dich mir, damit ich vor dir niederknien und zu deinem Diener werden kann. Gib mir die Macht, Böses zu tun, so wie du. Nein, bitte nicht. Nein! Als Zeichen meiner Treue... Nein, nein! ...opfere ich dir dieses Mädchen. ZATAN! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020